der helikopter wurde nicht aktiviert 204 und ich bin der beste alter schwede so unglaublich irgendwie kommt das einem so falsch vor oh was war das jetzt hm oh mein g36 hast du da schwere probleme was ist denn das hier für ein scheiß dass sie jeden rauswerfen wollen ja natürlich steht da auch noch ein scharf einberechnet dass das ding immer verziehen ist ja ganz ok alter 6 0 oder 0 zu 6 irgendwas stimmt da doch nicht so jetzt gehe ich da rein und werfe das erste was ich mache ist ich werfe granaten ans funkgerät was was da muss doch einer läuft an den punkt einer an den einer ich kann man jedes mal schön echt mal ätzend da musst du dich mit unglaublich wie wieder da ziehen richtig ist doch hier gefälligst keiner in den weg rennen noch mal mit der granate getroffen ist ja geil aber dafür sollte sie auch natürlich gold edition jetzt ist sie wenigstens tot 538 naja das geht doch der helikopter ist noch nicht aktiviert gewesen was sprechen die hier französisch krass französisch nur dann switch to attack jetzt laufen wir los das problem ist jetzt müssten da eigentlich sniper lang okay problem habe ich erkannt das wollte ich auch wo ist das ist ein bisschen blöd natürlich natürlich nicht du triffst die einfach nicht egal grüne smoke nicht schlecht ja 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 das ist ja 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 was ist das denn ich habe die ich habe ja die k2 5, 3, 10 Ich hab die richtig geworfen Das kann ich noch mal So an die Wand Dann zieht mich keiner Okay Dann versuch ich es bei denen über die Boys Ohohohoho Puh Jejejeje Geiers Ah, jetzt weiß ich wo die da drauf schießen Oh, verdammte Hacke Die hätte ich mir aufholen können Mist Schade Nicht darum Über die Base Dächer Guter Tipp Nein, du sollst nicht aufs Dach Du sollst Du sollst nicht aufs Dach Du sollst aufpassen Lass die auf den Dächern stehen Eieieiei Wie kann man so Rückschlüsse ziehen Da ist einer Okay Das Problem ist Jejejejeje Ja Unglaublich Hier ist ja gerade Überhaupt nichts was da läuft So Unglaublich Hätte ich da auch reinschleichen können Jetzt fragt er irgendwie Ob da einer Rüstung an hat Schon krass Dass da nur einer hinkommen muss Na gut Ich muss doch mal ein Besegen So Wollen wir nochmal sehen Aber hiermit nicht Irgendwie Das Problem ist Da ist ein Sniper Wow Nein Abgeschossen Aus einem halben Meter Entfernung Das ist einfach Unglaublich Unglaublich So ärgerlich Wollen wir nochmal sehen Wie soll ich denn da Bitte irgendwas machen Junge 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 Zum Glück habe ich nur Einen mit der Granate erwischt Das ist einer von deinen Mal wechseln zwischen Scope und Unscope Einer gegen zwei Ich glaube Einer von denen ist mindestens noch Scharfschütze Stopp Da läuft doch noch wer Hinter dir Jetzt unten im Raum Oder auch nicht Komisch Kein schlechter Schuss Mist Viel zu spät Wer hat die Smoke geworfen Wahrscheinlich einer von da oben Alter Hätte ich mich nicht bewegt Die ganze Zeit Was ich da vergessen habe Hätte ich den einfach Weggehauen Hat der nämlich Den halben Kopfschuss verpasst Nur weil er seinen Blöden Helm auf hatte Hat's den gerettet Aber jetzt haben sie ihn gerade Erwischt 9, 6, 15 Aber hey 2180 Punkte Das ist doch schon mal was Erster Matchball Abgewährt Zweiter Matchball Werden wir ja sehen Wo ist der ausgerechnet mich Natürlich Ich bring den ein Jahr noch an Aber Wie ist er schon wieder mich Ich bringe dich Vielen Dank.